jo leute willkommen zurück bei minecraft tagge leid mit dem sein und mit marcus danke für den ofen habe ich habe keine spitze glaube ich ich habe noch war ja mir letztes mal wo war man letztes mal war ich im nimbus und die ansonsten zwei im griff und jetzt suchen wir uns eine neue coole ja ich habe niemand von euch zwei spitzhakten ja ich natürlich hier kriegst die premium spitzhacke dann gewicht ihr das damit ist das ganz schön habe ich auch schon gott ms wenn was ist das hier was ist was hier in der page alter ist nein ich habe keinen platz frei ja die pages sind für welten die wir bauen können aus büchern cool ja aber die sind übelst fies das stört man voll oft drin und es legt nein nicht darum wir müssen darum dass immer her gekommen jungs in die richtung da haben wir foto und rennen hinterher ich mache heute ein führer und dann gehen einfach geradeaus und fertig hier irgendwo eine freie station ist dann immer in den süden leute immer in den süden ja auf jeden fall somit eine geile wozu ich hätte gerne im berg und nebendran er müsste also werden jetzt hier flatlands dschungel und weiß gekreutzt das ist auch nicht schlecht was ich sie essen essen wir brauchen noch essen wir haben zu gut aber für das was wir wollen bauen wollen brauchen wir das schon ich habe ja jankleisch answender ja achte ich sehe ich sehe nur da sind kühle leute immer noch kühle oder das ist neu gewünscht und da muss ich runter was da muss ich runter damals nee aber die ist das gute kristallzeug dass wir fürs me system brauchen das ist auch selten das ist schon zu viel verraten mb system ja schau das ist nicht mehr ihr ich suche gestern immer das eisen mit mann alter habe ich ihn wollen chancen box option grafikeinstellung schön schnell ja schon besser weiß gar nicht was das problem ist vielleicht weil ich aufnehme ja den scheiß chunks habt ihr überhaupt noch platz eigentlich bin voll ich hab ich habe jetzt steine rausgeworfen dafür wo bist du jetzt drin ist wichtig nein nein der klippe drin bin in die klippe gesprungen weil ich rein mein futur kommen wieder raus da gibt es wieder sachen nein du kommst raus oder wir töten dich und sperrn nicht einem rift erheblichkeiten was haben wir hier noch eisen hin heißen also wir hatten das zeug er kann bitte reinkommen ich habe essen wort muss zweiter gesetzten alter die lange ist drei leise er schau kommt mit ein ding durch jetzt wir machen doch ein blöcke setzen holt man eine reine das eisen dass ich habe und ich habe auch könnten micrus hat platz noch nein wird schon wieder nacht ja und jetzt wird es wieder hell auf einmal hello das ist wichtig das ist das findest du so oft das ist ein werfen ich dein lottrik und programm an der inzwischen wieder dunkel eine wieder wäschte schaufe weg ich war das wieder ist schaust reingehauen das wieder hell what the fuck ist es der herr da drüben jedes mal wenn ich mich dem baum näher wird es dunkel und hier ist auch ein rief man nicht das brauchen wir das brauche ich auch nicht bei den rift wir kommen wir gehen das weiter in den süden ich komme ja vor ja in zehn jahren anders wenn das direkt am anfang ist dann muss man es halt mitnehmen ja nimmst du wünschst dir viel spaß bei ich habe fünf stecken hier soll ich mal platz mehr alter das wird man nicht auf dem stext anwerflichen pisten auf pisten ergibt mir doch ist die pisten ein standard das ist langweilig ich habe jetzt noch mit drei umgebrachtes fleisch ist die kalle dunkel und jetzt wie kann man noch mal wie kann man noch mal die tag kann man noch mal die map anschauen nein irgendwie so was nein ja nein also ich will es hätte ich doch gestern schon auf keinen fall in den schneebiom das ist langweilig ja aber wir laufen da voll auf dem schnee zu das heißt da unten ist eisen leute hierhin mache so wissen du ich bin da hier da oben da und wir eisen aber wir haben ja schon alles gebrennt wir haben ja keine blöcke mehr er wieso uns erst mal zu hause und dann können wir immer noch fahren berg und ich will ich will neben der wüste für eine teststrecke test ja ja unser bauen ist und zu testen in die luft sprengen das muss ja es ist am besten in der hause das haus fliegt in die luft nicht richtig so da kommt ein fehler und dann das sowieso dass das dafür sorge perfekt 9 was habe ich crash oder was nein doch 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 hier ist ein vulkan ja hier kann gefunden sage ich doch da ist der platz ja genau neben vulkan oder war es natürlich die beste station die brechen nicht aus als beste ist immer noch die coolen bäume ihr wisst ihr da mag es wenn es werden kommt zurück das sind tote hühnchen fleisch hier mitnehmen ja mitnehmen vor allem oder hühnchen fleisch wollen das ding hier lebt noch ja das lebt noch die andere nicht hier wo ist tote hühnchen fleisch hier ist tote hühnchen fleisch nehmen mit ich habe es gewonnen wo bist du habe ich leben verloren weil ich gehe jetzt und zu testen ob du noch da bist oder weggeleckt bist jetzt klingelt alter weißt du wie viele dinge du brauchst um solche robber trees wegzumachen da drüben mehr oder eine eisen und dies instant down einfach nein du kriegst mit der eisen kriegst du den nicht mal halber kaputt du brauchst echt mit diamant verzaubert aber dann hast du halt ausgesorgt so ähnlich das brauche ich nicht erweckt weder so ist nimmt sich mal hier ein bisschen fleisch der platz hat marcus ist noch steaks drin er ist gerade mal ganz kurz weg also es werden es kannst du brennen krieg das meine wir brauchen jetzt endlich mal ein zu hause ich habe es keine lust zehn minuten 20 minuten rum zu jumpen wenn wir aber fast müssen wie lange gehen die folge schon foto und was das die zeit geguckt sieben minuten in minuten ok das sind schweine ist nichts ich gucke schon auf die zeit keine sorge ist klar ob ich gerade gelaufen bin das zeug noch mit oder wir wollen weiter das ist auch schon das ist nicht unser station ist zu klein aber gar nicht muss noch warten was die zwei hier durchgebrannt sind ja mal kristen hässler das problem und ich habe hier vier steaks ja ich habe mir 23 nikolite weg oder den platz für nikolite ja habe ich brauche ich für mein solarpark übertreibheit das war so nach kohle und ofen wo nämlich die ganze zeit für kohle oh mein gott ist dann nicht hier wo bist du eigentlich gerandet ohne uns der wald hier weil hier sind überall die kleinen rappertries drin ist besser nein die großen sind besser ich mag keinen lieber wo bist du jetzt ja im westen ja geradeaus ich sehe dich markus mitkommen naja und da kommen wir schon wieder in den jungle das ist doof das hier ist kein jungle das hier ist standard weit mit robert aber monster robert wie ja sonst solche dinger wirst du unbedingt für alle die sind einfach dreimal drei und ja eben weißt du wieviel du rauskriegst und das ist jungle ja jetzt fängt das login an ist echt so weiter da müssen wir echt durch jetzt mein erstes monster gesehen durch den chunkpark da drüben der spinne mann super tiere war alles nur ein see in ihr wasser sie zwar gehen jetzt einmal durch diesen jange durch weil das ist ja ganz klein hier immer so besser nur ganz kleines wird sollte halten als so immer durch das erstechte wo das doch wo ich den koppel ich habe einen spinne also hat es ja wirklich vielleicht mal geklappt dass man uns das von seitdem meine leute im jungle durch ich habe keinen creeper gesehen ja dann habe ich auch gesagt ich bin hinter dir foto aber jetzt immer mehr super oder ist das da ist ein jahr da ist ein ganz schön ja und dann schön dann schön oder wenn er schon war ich habe gar nicht in der mir steht unter dieser er kann sich einfach hier im ganzen hinspornen da sein ich hatte ich hatte bei meiner meinunglichen gewählte wo ich meine da da unter was es auch so das hat der ist alter ein bisschen nichts zu gefunden aber es wird gerade nach wo mir vielleicht in den dann schon mal kurz penning gehen dann erfreundet erst mal in die falle nein ich habe es mit wasser ausgelöst ich habe glaube ich schon gelöst ich bin auch da hier unten ist ein ofen wo ich habe noch mehr solche internet snow und sehr wohl längst kenne ich alle nicht normalerweise ist doch hier irgendwo wasser ich habe irgendwas geöffnet ja ich kein was weiß aber nicht ohne jetzt noch aus der helm warum ist jetzt hier überall wasser junge weil ich habe die super arten drei gold barren und copper also wer hat die kupfer brauchen ich nicht ich habe nichts materialmäßig außer nikolite schau mal ich hab den boss helm schau mal ich hab den boss helm kann man hierher holt was ist aus der kiste wenn du noch immer ein helfes aus branche kannst du was nehmen davon ja aber nicht das buch der atmung 3 ist okay das braucht man also dafür sagen die erste folge ist mal wieder vorbei von meiner aufnahme seien wenn deswegen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschraau tschous tschους tschüss tsch tschoss 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 tsch